Wir haben hier eine Kontur, die ist recht komplex und es würde Stunden dauern, bis wir diese Kontur manuell, also von Hand, in die Synomeric, in den Konturrechner eingegeben haben. Aber wir werden uns heute einer Funktion bedienen, wo das Ganze in Sekunden funktioniert, der digitale Import von Daten direkt in den Konturrechner. Willkommen zu Synomeric Live. Did you know? Heute Import von DXF-Daten. So, der DXF-Import, der kann auf verschiedene Weise erfolgen. Einerseits durch den USB-Stick, ganz normal, zack, einstecken, beziehungsweise über das Netzwerk kann man sich das dann auch von beliebiger Quelle in die Maschine importieren. Wir nehmen mal beispielsweise jetzt unseren USB-Stick. Wir wählen den im Programmmanager auch an und da sehen wir dann in dem Verzeichnis vom USB-Stick unsere DXF-Datei mit der Endung DXF. Wenn wir die uns anschauen wollen, einfach doppelklicken oder auf Öffnen und hier wird die digitale Zeichnung dann schon mal auf dem Display dargestellt. Okay, kann man sich anschauen, verifizieren, das ist das richtige Teil und schließen. Und jetzt übernehmen wir diese digitale Zeichnung in unser Programm. Ich gehe in den Programmmanager, in mein Verzeichnis für das NC-Programm und öffne das Programm, in das ich die Zeichnung importieren möchte, sprich die Kontur. Und selektiere die Stelle, an die es eingefügt werden soll. Ganz einfach, Kontur fräsen, neue Kontur und gebe dieser zu entstehenden neuen Kontur einen Namen, einen beliebigen Namen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man hier auch Import aus DXF auswählt und nicht eine neue Kontur erstellen, weil hier müsste ich die Daten dann händisch eingeben, was wir ja nicht tun wollen. Wir wollen es ja aus DXF importieren. Wie gesagt, Namen und dann OK. Und jetzt wird hier auf unserem USB-Stick die Datei selektiert, die unsere DXF enthält. OK. Und hier wird sie zur Bearbeitung bereit dargestellt. Der nächste Schritt ist, das erste, also das Start-Element der Kontur zu selektieren. Und es wird mir eine Kontur, ein Anfang vorgeschlagen, den ich aber nicht nehmen muss. Ich kann auch irgendwo anders hinklicken und sagen, ich möchte hier einsteigen. Da soll der Beginn meiner Fräsbahn sein. So, danach bestätige ich dieses erste Element. Und jetzt könnte ich nochmal selektieren, ob ich gegen oder mit dem Uhrzeigersinn fräsen möchte. Das sieht man hier, blau bzw. gelb dargestellt, die Richtung der zu entstehenden Kontur. Kontur. Ich bestätige genau das. Und der Konturrechner findet die komplette Kontur. Wenn ich hier Automatik eingestellt habe, hätte ich Automatik nicht aktiviert, müsste ich jedes einzelne Element händisch durchklicken. Auch eine Variante. Aber bei vielen hundert Konturzügen ist das natürlich ein bisschen müßig. Da gibt es die komfortable Funktion Automatik. Aber die manuelle Funktion ist deshalb wichtig, weil ich ja auch offene Konturen beschreiben kann. Es müssen ja nicht immer geschlossene DXF-Konturen importiert werden, sondern auch welche, die offen sind. Und da brauche ich natürlich die manuelle Funktion oder wenn ich nur bis zu einer bestimmten Stelle die Kontur beschreiben möchte. So, in dem Fall ist die Tasche geschlossen. Wir drücken auf Übernehmen und die Kontur ist im Konturrechner komplett. Dann drücke ich Akzeptieren und es ist an der Stelle eingefügt, wo sie hingehört. Wir können die Ganze auch nochmal aufmachen, nochmal reinschauen, ändern etc. Okay, und damit ist die Programmerstellung, der Datenimport abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.